Hallo Aik hier. Eine kleine Nachricht an alle, die den Kanal abonniert haben und die trotzdem immer wieder gerne auch hier vorbeikommen. Weg zu Hell ist momentan außer Gefecht gestellt, weil ich eine Community-Richtlinie angeblich nicht befolgt hätte. Und das ist viel schlimmer als ein Copyright-Verstoß bei YouTube. Das bedeutet, ich kann so ziemlich gar nichts mehr. Ich kann einfache Videos unter 10 oder 15 Minuten vielleicht noch erstellen und hochladen, aber ansonsten geht eigentlich gar nichts mehr. Thumbnails könnte ich noch eigene hochladen zu den Videos und noch eine dritte Sache, die auch völlig belanglos ist. Das Wichtige ist mir jetzt abhandengekommen. Ich kann keine Hangouts mehr erstellen und somit auch keine Live-Shows. Und natürlich auch keine langen Videos hochladen. So die zwei Aspekte, die eigentlich am wichtigsten sind. Der Rest wäre mir egal. Monetarisieren habe ich eh nicht. Also meine Videos mit Werbung bestückt habe ich nie. Und von dem her geht mir dann nichts verloren. Ja und das bedeutet jetzt einfach warten auf den Einspruch, den ich erhoben habe. Wenn der negativ ausfällt, weiß ich nicht, wie es mit dem Kanal weitergeht. Vielleicht höre ich auf. Vielleicht mache ich alles nur über die Webseite mit eigenen Tools. Wobei ich da natürlich programmieren muss und da muss ich dann zusätzlich lernen. Würde mir zwar vielleicht Spaß machen, aber ich weiß es nicht. Vielleicht auch einen neuen Kanal einfach aufmachen. Wobei dann die Arbeit höher wäre, wieder Leute dafür zu interessieren und Leute aufmerksam zu machen, wo der neue Kanal sei etc. Also vorläufig im Sonntag passiert nichts. Das heißt abwarten diesen nächsten Sonntag, weil innerhalb von 10 Tagen wird da nichts großartig passieren bei Google und YouTube. Und das habe ich gestern bekommen, diesen Community-Richtlinien-Verstoß. Ja, einfach warten und gucken was passiert. Das heißt am Sonntag müsst ihr nicht extra in die Sendung einschalten, weil es keine Sendung gibt. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.